Herzlich willkommen aus dem La Casa in Diepmannsried. Wenn Sie wissen möchten, welche Vorteile die Überdachung hinter mir hat, dann sind Sie in diesem Video genau richtig. Heute unter unserer Alu-Terrassenüberdachung der Murano Integrale der Firma Levens. Dieses Modell gilt als Einstiegsmodell in die Welt der Terrassenüberdachungen. Das Tolle bei diesem Modell ist die Aufdachmarkise, die in geschlossenem Zustand komplett hinten im Profil verschwindet und durch die geringe Aufbauhöhe auch sehr windstabil ist. Natürlich ganz bequem über eine Fernbedienung steuerbar. Eine weitere Besonderheit ist die im Sparren integrierte LED-Beleuchtung, die je nach Stimmungslage gedimmt werden kann. Wenn diese Seitenverglasung hier gleich von Anfang an mit verbaut wird, ist das Tolle, dass ich jederzeit die Möglichkeit habe, diese Überdachung zu einem Kaltwintergarten zu erweitern. Sprich, ich kann hier mit Glasschiebeanlagen arbeiten oder mit Screens. Über die Dachrinne läuft das Regenwasser sauber über den Pfosten ab. Man sieht den Ablauf hier unten. Und somit habe ich auch keinen Dropvorhang, wenn es wirklich mal regnet. Dieses Dach ist ab Werk mit einer maximalen Breite von 7 Metern und einer maximalen Tiefe von 5 Metern erhältlich. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Kanal und geben uns einen Daumen nach oben. Gerne sind wir auch für Kommentare offen, mit Anregungen für weitere Videos. Bis zum nächsten Mal.